7.50 Uhr 17.50 Uhr Vorbereitung des Tischmiers Einfach Braunschweig gegen Essrau Berlin Und damit kommen wir zur Mannschaftsaufstellung unserer Braunschweiger EIN TOR Im Tor mit der 26 Daniel Dabari mit der Nummer 5 Benjamin Kissel mit der Nummer 6 spielt Daniel Vrancic mit der Nummer 8 hat Dennis Dunger mit der Nummer 10 Mirko Hohland mit der Nummer 13 Raphael Porto mit der Nummer 15 hat Norman Teuerpaar mit der Nummer 19 spielt Ken Reichel mit der Nummer 20 Nico Zimmermann mit der Nummer 22 Reddy Enmini Butu und mit der Nummer 25 Marcel Correa Als Auswechslungsspieler war einfach stehen bereit mit der Nummer 4 Matthias Henten mit der Nummer 7 Benjamin Fuchs mit der Nummer 9 Matthias Metzsch mit der Nummer 11 Steffen Bohl mit der Nummer 12 Tomi Correa mit der Nummer 14 Jan Wasshausen mit der Nummer 16 Emre Thura mit der Nummer 17 Markus Kuhn mit der Nummer 18 Oliver Midesch mit der Nummer 21 Pierre Merkel mit der Nummer 23 Julius Reinhardt mit der Nummer 27 Gianluca Porto mit der Nummer 32 und mit der Nummer 32 Dennis Kuhn mit der Nummer 32 Benjamin Lerker mit der Nummer 13 Vielen Dank. Einfach! 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 Viermass ist das Spiel unter dem Tor abgetrieben, Outreuer. Einfach! Durchschütze der Neuer der Spieler mit der Nummer 22, Gerundi, Edgeni, Romo. Alter, kauf den Jungen! Einfach! ZEIL! NUR! Danke! VITAL! Alter, kauf diesen Jungen! Das ist geil! Das ist geil! Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR